Nachdem wir jetzt in den letzten Videos über verschiedene Kryptowährungen gesprochen haben, über zum Beispiel Polkadot oder auch über VeChain, sprechen wir heute mal gemeinsam über Solana, wo wir da gerade stehen und was wir von der Zukunft zu erwarten haben. In der aktuellen Phase können wir beobachten, dass die meisten Kryptowährungen wieder etwas an Performance verloren haben. Der Bitcoin alleine knapp 5% in den letzten 24 Stunden und die meisten Altcoins sind dem Bitcoin hier eben auch gefolgt. Solana steht aber über allen anderen Kryptowährungen, wenn es um die Performance geht. Denn alleine in den letzten sieben Tagen konnten wir ein Plus von über 23% verzeichnen und das heißt schon etwas. Gerade liegen wir in Bezug auf Solana bei einem Preis von ungefähr 200 US-Dollar, haben zwischenzeitlich ein neues All-Time-High von 202 US-Dollar erreicht. Solana liegt, wenn es um die Marktkapitalisierung geht, auf dem sechsten Platz und bei der Marktkapitalisierung liegen wir ungefähr bei 60 Milliarden US-Dollar. Wir sehen ein Volumen, das in der letzten Zeit getradet bzw. verschickt worden ist von 6 Milliarden und eine Circulation Supply von ungefähr 300 Milliarden Sohl. Wir wissen außerdem, dass wir vor allem in den letzten Monaten eine extrem starke Performance mitverfolgen durften. Solana konnte vom 01.01.2021 bis zum heutigen Tag um die 18.120% ansteigen. Keine oder die wenigsten Kryptowährungen haben so eine Performance in diesem Jahr hingelegt. Das ist, denke ich, mit einer der interessantesten Kryptowährungen, wenn es zum einen um den Anwendungsfall geht, um zum Beispiel auch die Geschwindigkeit und auf der anderen Seite auch die Performance, wenn wir uns den Preis angucken. Jetzt stellt sich natürlich uns die Frage, was ist Solana eigentlich? Solana ist eine Blockchain, die die App-Entwicklern die Möglichkeit bietet, Crypto-Assets bereitzustellen und dann schnell zu wachsen, ohne dass es zu Engpässen und Skalierungsproblemen kommt, die andere Netzwerke betreffen. Mit dem Fokus auf Skalierbarkeit möchte Solana Entwicklern sowohl die Infrastruktur als auch die Bandbreite zur Verfügung stellen, um die globale Einführung ihrer dezentralen Produkte und Services zu erleichtern. Die Frage ist außerdem, wie quasi Solana funktioniert. Der Schlüssel zu Solana Skalierungsinnovationen liegt in ihrem Prüfsystem. Solana verwendet eine Form des Proof-of-Stake, also POS, bei der Miner Sol Beträge halten müssen, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zur Solana Blockchain hinzuzufügen. Während Proof-of-Stake energieeffizienter ist als Proof-of-Works-Systeme, kann die Zeit, die für die Validierung von Transaktionen über POS benötigt wird und die Reihenfolge, in der Validierungen durchgeführt werden, zu Effizienzverlusten und zur Überlastung und Verlangsamung im gesamten Netzwerk führen. Solana behebt dieses Sequenzierungsproblem durch den Einsatz von Proof-of-History. Das Proof-of-History-System dient dazu, jede Transaktion auf der Blockchain vor der Validierung über POS mit einem Zeitstempel zu versehen. Auf diese Weise erstellt das Solana-Netzwerk eine historische Aufzeichnung der Ereignisse im Netzwerk und legt die Reihenfolge fest, in der die Transaktionen stattgefunden haben, bevor sie der Kette hinzugefügt werden. Das bedeutet, dass Nodes im Solana-Netzwerk Blöcke auf Basis von Transaktionsinformationen mit Zeitstempeln erstellen können, ohne sich mit dem Gesamtnetzwerk abstimmen zu müssen und so den Zeitaufwand für diesen Prozess reduzieren. Solana verarbeitet etwa 50.000 Transaktionen pro Sekunde und erhebt den Anspruch, die schnellste Blockchain der Welt zu sein, die neue Blöcke mit einer Rate von 2,34 Sekunden hinzufügt. Das Ganze wurde 2017 von einer Person namens Anatoly Jakavenko gegründet und die Idee dahinter war ganz klar, die Zeit zu verkürzen, die Nodes benötigen, um einen Konsens zu erzielen, womit eben auch eine bessere Skalierbarkeit für Apps eben resultiert. Das Ganze wurde dann letztendlich im Jahr 2020 als Solana Mainnet Beta veröffentlicht und legte quasi die Grundlage für die Smart Contract und Transaktionsfunktionen. Seitdem ist viel passiert, wir haben es mitbekommen. Mittlerweile liegen wir bei über 202 Dollar pro Stück. Wir wissen außerdem, dass die durchschnittlichen Transaktionskosten extrem gering sind und die liegen ungefähr bei 0,00025 US-Dollar pro Transaktion. Wir sehen hier außerdem eine unglaubliche Anzahl von über 34 Milliarden Transaktionen, die bereits stattgefunden haben und gerade liegen wir bei ungefähr einer Transaktionsgeschwindigkeit beziehungsweise einer Anzahl an Transaktionen pro Sekunde von ungefähr 2.400. Aktuell arbeiten außerdem 1.118 Validatoren mit dem ganzen Thema. Das heißt also, dass sie aktuell im Durchschnitt 7,66 Prozent an Staking Rewards bekommen. Das funktioniert ähnlich, wie es bei Cardano ebenfalls der Fall ist. Wir haben nämlich auch hier wieder durch die Validatoren, in dem Fall Personen beziehungsweise Anleger, die also Transaktionen bestätigen. Auch das wächst kontinuierlich an und auch hier kann man glücklicherweise passiv davon profitieren. Also können wir nicht nur durch diesen massiven Anstieg des Solana-Kurses eben weiteres Kapital aufbauen und davon starke Renditen einfahren, sondern eben auch durch das Staking-Passiv. Sicherlich sind da einige steuerliche Themen noch dabei zu beachten, aber das könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe angucken. Wir sehen außerdem hier gerade auch nochmal die ganzen Transaktionen, die ganzen Links dazu verlinke ich euch natürlich, damit ihr euch selber mal angucken könnt, wie stark Solana eigentlich performt, wie gut das gerade funktioniert und warum Solana immer interessanter wird. Außerdem wissen wir, dass mittlerweile über 400 Projekte auf der Blockchain angesiedelt sind, also gerade wenn es um Smart Contracts geht. Das heißt also, nicht nur NFTs haben hier Platz gefunden, sondern auch viele Anwendungen im DeFi-Bereich und diese werden kontinuierlich auf Solana beziehungsweise auf Twitter auf dem Solana-Channel hier gepostet. Mittlerweile gibt es fast 4000 Tweets zu dem ganzen Thema und aktuell läuft auch das sogenannte Ignition Hackathon-Event von Solana über 500 Projekte und über 5 Millionen US-Dollar, die ausgegeben werden. Da könnt ihr euch übrigens auch die Ergebnisse mal in Ruhe angucken. Hier werden kontinuierlich neue Projekte announced, die es geschafft haben zu launchen, beziehungsweise kurz davor stehen zu launchen. Hier haben wir zum Beispiel Squats oder eben auch weitere wie Mango und viele weitere Projekte. Da könnt ihr einfach mal in Ruhe durchscrollen. Ihr werdet nämlich herausfinden, dass hier richtig viel passiert, dass hier richtig viele Projekte gelauncht werden, die dann also im DeFi-Bereich sich gefunden haben, die dort das ganze Ökosystem aufgebaut haben beziehungsweise ihr Projekt aufgebaut haben und Solana und die Transaktionsgeschwindigkeit und die geringen Kosten eben nutzen. Und das sieht man auch relativ gut, wenn man sich zum Beispiel das Locked Capital anguckt, beziehungsweise das Value, das hier gerade im DeFi-Sektor zu finden ist. Wenn wir uns nämlich das hier mal in Ruhe angucken, dann merken wir klar, ETH ist hier immer noch ganz klar führend, liegt hier fast bei 100 Milliarden US-Dollar, die mittlerweile hier gelockt worden sind. Aber wenn wir das hier mal ausmachen und uns nur in dem Fall Solana angucken, dann merken wir relativ schnell, dass es hier auch einen kontinuierlichen Anstieg gibt und das auch relativ gut zu dem All-Time-High passt. Wir liegen hier mittlerweile bei fast 13 Milliarden US-Dollar, die gelockt sind in dem Bereich. Und alleine diese starke Bewegung führte schon dazu, dass wir das neue All-Time-High gesehen haben. Und ich persönlich behaupte, dass es hier eine entsprechende Korrelation zwischen dem DeFi-Sektor und eben auch der Preisentwicklung gibt. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, was wir von Solana in Zukunft erwarten können. Ich glaube, dass Solana sich kontinuierlich aufbauen wird und dann in Zukunft nicht nur die Binance-Marktchain angreifen wird, wenn es um die ganzen DeFi-Projekte geht, um das gesamte Kapital, das gelockt wird, sondern eben auch ETH, weil Solana schneller und kostengünstiger ist als ETH zum Beispiel. Also werden immer mehr Projekte versuchen, ihre eigenen Ideen umzusetzen auf der Solana-Blockchain. Außerdem werden wir immer mehr Staker sehen, die also Kapital hier locken und beziehungsweise bereitstellen, um als Validatorin zu fungieren, um also auch passives Einkommen zu generieren. Deswegen halte ich es gar nicht für unmöglich, dass wir in Zukunft auch noch mal einen Preisanstieg auf über 1000 Dollar sehen können. Sicherlich habe ich hier keine Glaskugel und ich kann auch niemandem versprechen, dass das passiert. Die Entwicklung zeigt aber, wo Solana hingeht. Und wenn wir mal darüber nachdenken, wie Solana funktioniert und wie gut Solana zum jetzigen Zeitpunkt schon funktioniert, dann wissen wir, dass wir das Ganze in gewisser Weise mit ETH gleichsetzen können, auch wenn ETH ja in gewisser Weise ein bisschen anders funktioniert als Solana. Darüber haben wir gerade schon gesprochen, gerade wenn es um die Skalierbarkeitsinnovationen geht. Und deswegen glaube ich, dass Solana das Potenzial hat, auch in Zukunft ordentlich anzusteigen. Ich bin sehr gespannt, ob wir in Zukunft und in welcher Form wir dann natürlich auch die weitere Entwicklung sehen werden. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich von Solana haltet und ob ihr vielleicht sogar Investitionen getätigt habt, frühzeitig vielleicht sogar, unter 100 Dollar. Dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten ist das natürlich keine Anlageberatung gewesen. Du solltest dich selber nochmal in Ruhe mit dem Projekt auseinandersetzen. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch das nächste Video nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.